Herzlich willkommen zur Aquasafari, hier zur Regen-Geddie-Park. Mein Name ist Manuela und ich fahre mit euch so die nächsten zwei Stunden durch unsere Wasserstraßen des Parks. Hin und wieder schaffe ich es vielleicht auch schon mal in zehn Minuten, wenn man Glück hat, aber das ist eher schlecht. Erstmal die wichtigste Frage an euch. Habt ihr denn alle überhaupt noch gute Laune dabei? Das hört sich doch gut an. Ki habe ich nämlich auch die gute Laune. Hier vorne wartet schon das erste wilde Tier auf euch. Das ist unser Löwetiger. Ja, das war gestern noch so ein kleiner Löwe. Heute wollt ihr gerne mal ein Tiger sein. Da haben wir eigentlich gedacht, wir schneiden ihm mal die Wehne ab. Mal wieder zwei neue Streifen drüber und fertig war für euch unsere Liebste Gagze. Jetzt kommen wir gleich zu Grambo und zu den Wasserwüffeln. Wenn der Burschicke gleich losrennt, hinten am Ende von ihnen angekommen ist, der macht jetzt gleich eine布is-Ernderungsfoto von euch. Das Foto könnt ihr euch dann am Ende der Bootstour am Ausgang anschauen, da haben wir so einen kleinen Automaten und wer möchte, kann es sich gerne auch ausrufen lassen. Da vorne der Lauerlutz dabei, Schnippi und Schnappi, die heile Krokodile. Die kommen auch schon mal gerne ans Boot, um uns zu begrüßen. Einmal Scherz haben die beiden auch immer noch mit dabei, da schauen wir jetzt gleich mal, was sie sich da nun wieder ausgedacht haben. Ich kann es mir fast schon denken, ja, mit Wasserspritzen, das macht doch am meisten Spaß. Diese lustige Kerl hier, das ist der beste Freund von unserem Team. Meine Freundin Anna, Anna mit Nachnamen Costa, eine 9 Meter große Würgeschlange. Wenn ihr es gleich richtig zu fahrt, die lässt garantiert so schnell nicht mehr los. Einmal Begrüßung muss noch was sein. Diese vier Kategorien lassen man sich hier vorne, das sind unsere vier Rettungsschwerke. Wenn ihr gleich einen von eurem Teil verlieren sollt, einer von den letzten FN-Weltrecht füscht dann wieder los. Die Kategorien sind die Kategorien. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020